alli hallo ihr lieben menschen da draußen ich bin es mal wieder und ich spreche mal wieder vor eine folge zu euch weil ja es gab mal wieder bei der aufnahme ein paar kleine komplikationen und zwar die erste viertelstunde der aufnahme die hat so zeitweise extrem geruckelt dass es einfach unanschaubar war ich wollte aber nichtsdestotrotz diese folge raushauen und habe sie ja die erste viertelstunde so ein bisschen zusammen geschnitten damit ihr so in groben zügen seht was passiert ist also ich habe keine ahnung was was mit meinem rechner zurzeit los ist also ich glaube es wird echt langsam zeit dass er eingestampft wird also jedenfalls nicht nicht wundern die erste viertelstunde der folge ist ein bisschen zusammengeschnitten ich habe es so gut versucht wie möglich die sinnhaftigkeit oder oder ja ich habe so gut wie möglich versucht es so zusammenzuschneiden dass ihr versteht was wir gerade machen wo wir gerade sind ja es tut mir wirklich leid aber ich wollte die folge auf jeden fall raushauen und deswegen habe ich so ein bisschen zusammengeschnitten ich hoffe ihr habt ihr habt trotzdem spaß und ja vielen vielen dank viel spaß beim schauen und bis zum nächsten mal tschau tschau allihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge seven days today schön dass ihr wieder mit dabei seid so ihr seht hier unten ich habe ein bisschen die leiste wieder aufgefüllt der händler hat ein bisschen was für uns gehabt ich habe was gefunden und was ich auch gefunden habe ist crucible wie geil ist das denn gut das habe ich auch gefunden das brauchen wir nicht und ich habe ein paar bücher gefunden und zwar spülbecken so viele zombies und so wenig patronen hier ist ein trick den ich gelernt habe um mehr blei und messing aus spülbecken und rohren zu sammeln sehr geil dann haben wir hier gut modus nachdem du getroffen wurdest sind darauf an griffe um 20 prozent schneller und deine bewegungsgeschwindigkeit wird um zehn prozent erhöht auch sehr schön und adrenalin heilung im kampf wird die gesundheit bei jedem schlag um ein gesundheitspunkt wieder hergestellt richtig nice richtig geil und wir haben den crucible das feiere ich richtig hart so dann schmeißen wir den aber mal hier rein die magnum habe ich auch die ist extra die habe ich für den händler weil wir können jetzt beim händler wenn wir dem ich weiß nicht ob es jetzt in der letzten folge haben ich sag's jetzt gerade ich bin gerade wenig verwirrt sprit brauchen wir erstmal auch nicht weil wir haben immer noch kein bohrer da bin ich ein bisschen traurig muss ich wirklich sagen aber ich habe was gefunden da sind wir drittes mal dran vorbei hier der army stützpunkt der hat noch bestimmt ein paar waffen und munition für uns übrig und da werden wir jetzt mal zusammen reingehen hey und zwar zigaretten erhöhen deine stärke deine handelsfähigkeit lassen dich so cool aussehen wie eine sexuelle tyrannosaurus lerne wie du zigarren fertigst okay hat zigarren braucht keine rauchen ist ungesund merkt euch das und smoke so was haben wir hier eine plus vier beute bonus muss habe ich hier eine plus vier beute bonus so kacke aber die gefällt mir schöner das blau sieht schöner aus kommen meine augen besser zur geltung deswegen nehmen wir die hier so aber schon mal cool wir haben auf jeden fall jetzt hier die schöne axt drüber nachdenken es bringt alles nicht so verbände haben wir mehr war hier nicht mehr wir haben es auch wieder 18 23 das heißt wir gehen wahrscheinlich ihnen wenn wir unten sind wird es dunkel vielleicht ist ein eidrin vielleicht ist ein eidrin natürlich ist kein eidrin und zwar die blöden feder mitgenommen der helmer dich geschützt ein zweites mal nicht jawoll level aber servus das habe ich immer ein bisschen im baseball schläger ich bin meine ruhe erstmal in den müll geguckt da sind wieder feder natürlich was auch sonst so gut spritzen sind immer gut und zwar niederstrecken im vollautomatischen feuer modus hast du mit jedem treffer eine höhere chance deinen gegner niederzustrecken ja aber sehr gerne ist unischt unischt hier hinten hat sich noch bestimmt immer ein kamerad versteckt hier ne der schnorchelhannes also baseball schläger finden immer noch am besten das sei also der knüppel war schon geil aber der base ist natürlich da geht nichts drüber da geht einfach nichts drüber so was haben wir hier schon wieder 19 uhr das ist die vitamine können wir gleich mal nehmen kommen wir brauchen hier platz das heißt wir lernen das hier mal den machen wir auch federn brauchen wir nicht ich überlege ob ich noch mal schnell wenn ich ja ich glaube wenn wir in dem haus waren immer noch mal ins moped schmeißen das zeug schnell ins moped hier müssen wir aufpassen hier kommt glaube ich gleich ein holzfäller oder hinten ist ein holzfäller also gehen wir auf dem essen weg sonst schlage lernen das essen kaputt jawohl sehr nah ist ein bisschen was zu essen ich schätze nicht aus mit essen können wir dann auch gleich was das passt ja ganz gut mit zwei schlägen ist natürlich schon eine ganz andere hausnummer gefällt mir sehr gut so hier ist noch ein bisschen was hier ist noch ein bisschen was hier oben ist auch eine kiste so sagt kaffee ist auch sehr gut sieben stück das gibt hier durchfallen kann es gleich wieder weg kann es gleich wieder weg sagt hier auch noch 8 pflaster stellen kann ja auch nicht stehen lassen kann nicht stehen lassen das auch noch däschle dass wir da nichts drin doch da sogar was drin da bin ich aber ganz entsetzt schatzkarte ist natürlich gut lesen lieber fremder der kalte schweiß ist ausgebrochen jetzt dauert es nicht mal lange in meinen letzten momenten kann ich nur daran denken ob mein sohn schon noch lebt ich habe keinen grund dir zu vertrauen aber mir bleibt nichts anderes übrig crazy jack hat ihnen führt du hältst eine karte zu einem meiner vielen geheim vorratslager in den händen versprich mir dass du meinen sohn helfen wirst wenn du es findest ich zähle auf dich rafael natürlich machen wir doch kein problem kein problem das können wir zerlegen kommen die rezepte lernen wir jetzt mal doch okay jetzt habe ich gedacht das script wäre natürlich jetzt blödsinn so dann weiter geht's dann kommt gleich wieder ein paar armee typen oder so schon feierabend hier okay sehr gut 20 uhr ein wahnsinn wahnsinn sehr nice juckasaft es ist besser wie nichts hier oben war doch glaube ich auch immer etwas mit dem das hier auch nennen doch ein spülbecken der jene hau man so mal rein haben wir zwar schon aber egal irgendeiner kommt von draußen dann höre ich gerade so hier haben wir noch so viel ja haben wir doch noch so viel warte mal kurz irgendwo war doch hier noch was was aber dir die kante ist hier oben war doch noch was hier war noch eine wattentasche mehr papier kann raus glas kann raus wir müssen das bringt alles nichts vorher noch haben wir keine 22 uhr noch ist es egal ich habe mir gedacht ich glaube nachts sind wir leise über müll ich glaube nachts war das so und zwar du kannst drüber du 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 das 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 war du nicht du bleibst noch mal da das messer kann auch über das auch dann trinkt man noch einen schluck die stiefel auch du auch der pinsel auch das benzin auch du auch die kohle brauchen jetzt auch das lassen wir mal hier das können wir gebrauchen kaffee auch du kommst drüber so weiter geht es auch übersehen die bücherregale das sind schon wieder los hier ist das stahl geschmiedelt das eisen da gab es früher mal stahl oder vertue ich mich da ich hätte schwören können oder was hier aus so was kriegt man denn hier raus haben wir schon haben wir schon egal wir lernen es wir lernen es das haben wir noch nicht hey arschloch das ödlern ist einsam und trostlos wir haben dich beobachtet und denken dass du gut zu unserem klaren passen würdest aber bevor wir noch ein hohes maul durchführen müssen musst du dich erstmal würdiger als würdiger weisen erledige diese aufgabe und vielleicht nehmen wir dich auf crazy aber immer noch fit jack herausforderung töte ein paar männliche zombies natürlich kriegen wir hin so hier gibt es elektrobreite irgendwelche stehen draußen an der mauer und platzchen hier schön auf der mauer warum auch immer warum auch immer wenn sie einfach einen eingang nehmen würden wäre sinnvoller so was gucken wir hier raus was hier war hier der stahl irgendwo war doch stahl oder gibt es das nimmer hier das war stahl ne ja sag ich doch sorry wenn wir das jetzt abbauen aber wir brauchen das alles ne das hilft alles nix das klostik können wir vielleicht rausschmeißen aber im großen und ganzen so wir gehen jetzt noch mal hier hinten zu den karren und dann gehen wir noch mal hier hat das raus geschnitten der dödel schießpulver so hier warten auch noch mal ein paar typen auf uns wenn wir das auto gelootet haben und die garage gelootet haben gehen wir noch kurz raus schmeißen das zeug raus und dann gehen wir hier rein und holen uns die sachen auch vorsichtig jetzt ist auch noch 22 jetzt muss man aufpassen was sind der knecht ja schon ein bisschen verwirrt na so jetzt muss man aufpassen sehr gut per kitz ist immer sehr gut wo eine vierer range haupt jawohl sehr geil muss man aufpassen bisschen im auge behalten dass sie gleich um die ecke kommt das essen ist auch sehr gut zement brauchen auch so ein bisschen muss man sausen sie gleich einer drin steht skrippen skrippen dass sie gleich einer unverhofft drin steht und dann stehen wir da kurze holzgewehr noch mal eine vierer range sehr geil die heben uns auf jeden fall auf was haben wir hier noch ein subsack mit leeren gläsern mülleimer den brauchen wir nicht hängen geblieben hier ist noch eine kiste sehr gut ist da draußen kleine wanderer oder was wenn wir stahl haben aber was bringt der 89 der bringt nix das kann man rangen das kann man rausschmeißen und die haben eine vierer die hebt man auf dann muss man hier noch eine kleinigkeit und dann gucken wir uns doch gleich die range in arbeit alles mitnehmen die armee ich höre sie schon das ist bestimmt eine kleine wanderhorde könnte ich was wetten oder sind wir denn nur ein zwei vereinzelt die gerade ein bisschen versetzt kannst du natürlich auch haben man wieses nicht man wieses nisch man wieses nisch so was macht das oh das ist ein spucker hey du hau ab reutiges ding ah die sind so eklig die sind so eklig die mag ich gar nicht die spinnen zombies die krabbeler die soll auch genannt sein so wahnsinn sind nur am abbauen sind die alle noch draußen oder immer auch immer hallo bleibt nur alle draußen ist alles schon okay kümmert euch nicht um mich alles gut ich bin ja ganz gut auf mich allein gestellt das passt schon alles gut sie kommen gleich kommen sie von hinten wahrscheinlich brechen hinten irgendwo durch gleiche wissenschaft dann gehen wir raus kümmern wir uns um die banditen na komm also die ratsche war einfach deutlich besser ne ich sage wie es ist die ratsche war schon deutlich geiler so gogo gadjeto turbo schnell zum moped hier dürfte nichts sein hier haben sie alles kaputt geschlagen die hochlose hier ist niemand zack scheiße pinsel kann raus stein kann raus du kommst rein du kommst rein messer kann gestrückt das kommt rein hier brauche ich nicht das kommt rein ohra haben wir genug daheim das kommt rein die schuhe sind auch für ein bobbes die bisschen kohle bringt auch nichts dafür nehmen wir dich zwei motoren sind schon gut so ja ist so ist also können wir nichts ändern so schnell rein dann sind wir fertig dann gehen wir hier in die bude rein jucke und chrysanthemen sehr schön ach die chrysanthemen halten das fest oder was das macht ja auch Sinn ich will nicht ich will nur die jucke wobei das papier können wir auch wegschmeißen erstmal die dose hier noch und hier noch ein bisschen mehr Platz so das können wir auch noch scrabben da haben wir noch eine jucke hallo hallo gewerbeaufsichtsamt so wir müssen mal gucken ob hier alles sauber und anständig ist so zack zack oh ich bin wieder im buch sehr schön und zwar was haben wir hier Gliedmaßenschuss dir zu nahe zu kommen ist gerade noch schlecht für die Gesundheit geworden viele in maximal drei Meter Entfernung haben eine hohe Chance auf Zergeliederung sehr gerne sehr gerne das Buch haben wir schon zack also sie haben doch übrigens nochmal einen Punkt bekommen ich will mal was ausprobieren und zwar Angriffswelle deine Hände sind ganz schön flingende deine Angriffsgeschwindigkeit mit einhändigen Nahkampfwaffen ist um 10% erhöht diese Eigenschaften Knüppel, Messer, Machete und Schockstäbe Knüppel zählter zum Baseballschläger bin ich jetzt überfragt zählter zu der Baseballschläger Besseres Verhandeln Du hast die Grundlagen automatisierte Waffen verstanden fertige Roboter von Qualität 4 verursacht 30% mehr Schaden feuert 19% schneller und lädt 30% mehr aktive Reichweite robot trägt 16 Meter das ist schon mal gut das ist wichtig das brauchen wir für die Hotter Base for the Hotter Base we need that for the Hotter Base so Tschüssikowski trinken hier haben wir noch Medikamente wo sind denn eigentlich die Typen da draußen die sind doch komplett verstrahlt hier oder? kommt da von oben oder von unten was ich weiß es nicht mehr komm wir gehen mal hoch ich glaube oben waren welche aber unten ist dann der Loot huch Tür zu hi hallo wo geht der hin dauer nein also manchmal frage ich mich echt warum die so verwirrt sind ne Glück gehabt hier oben ist noch einer oder? bleib liegen verrückt dich hab ich gesagt also manchmal hab ich echt nur Schwein weil die einfach total verwirrt sind draußen sind glaube ich noch welche na du gehst mit das gibt wieder Holz holzi holzi holz zack 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 ah ihr könnt von mir aus da draußen so eskalieren wie ihr wollt es ist mir einfach nur egal es ist mir einfach egal zack 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 ah hier ist alles voll dann water drinking so was sind's denn die ganzen Hans Würste hier unten wahrscheinlich gut dann war's da wohl ah dich nehme ich jetzt nicht mit komm es bringt alles nix so wenn wir jetzt gleich von oben kommen ist dann ungünstig ne da kommen wir hier mal hoch die machen wir nicht dass sie gleich irgendwie dann von oben noch ankommen wo auch immer die sind hä ich bin gar nicht drauf also ich bin gar nicht drauf also ich bin gar nicht drauf das ist mir vielleicht dann von oben ist es mir nicht gut ich bin gar nicht drauf also weiß ich laufe extra bis das ist ja mal maximal behindert das ist ja mal toteliebe hindern ok das hilft alles nix so kann mir meiner helfen hier weißt du alles muss ich alleine machen die nerven nicht zutiefst hallo helft mir doch mal einer hier ich habe jetzt Schiss wenn ich rausgehe waren das wirklich nur zwei Stück die so ein paar Buhle gemacht haben ok ja dann ist das so aber dann haben wir wenigstens jetzt einigermaßen ruhe können uns konzentrieren nicht dass ich gleich noch andere vor der Tür stehen das ist auch pass auf hier ist der Rucksack hier ist der heiße Scheiß und da kommen gleich die Zombies so pass auf und zwar sehr schön dann machen wir uns hier platz und hier auch gucken nochmal aufs Toilettchen sehr gut so und dann hey was ist denn jetzt hey seit wann ist denn das so seit wann ist denn das so das ist ja auch bescheuert oh was ist denn jetzt jetzt hänge ich auch noch ok also das mit dem Rohr ist irgendwie neu habe ich so das Gefühl so was haben wir denn hier schönes Alter Alter komm rüber Baby komm rüber weg ein Schuss ist immer gut weg ah man ein Sechser ein Sechser wie geil ist das denn Scrappen ähm ja komm ganz ehrlich ganz ehrlich genauso wie das hier ganz ehrlich wie geil ist das denn so verändern dann kommst du noch hier mit rein ähm hier ist glaube ich noch ist hier noch Platz ja aber hier ein Sechser ein Sechser wie geil also läuft bei uns läuft bei uns ja die andere Geschichte läuft bei uns hier haben wir noch Munition so da wir jetzt kein Bohrer haben muss ich jetzt die ganze Schose hier mit der Hand aufschlagen das heißt ah ne Quatsch ich habe doch hier Dietriche wartet kurz ich habe doch noch Dietriche ein paar habe ich mitgenommen sind jetzt zwar nicht viel aber ein paar habe ich glaube ich vielleicht funktioniert es ja jetzt möchte ich die Großen mit Dietrich machen weil die haben glaube ich mehr ne als die Kleinen ach komm schon das könnte man nicht auch skillen ne ja man so was haben wir hier Schönes ja ja dich brauchen wir nicht die können wir verkaufen das ist gut das können wir scrappen das kann auch weg ähm das kann auch weg nehmen wir dich mit das können wir dann nehmen wir dich auch mit okay ne nicht früher waren ja mal zwei siehst du da war nämlich gar keine Munition früher waren nämlich mal zwei große Saves fällt mir gerade so auf ich bin gerade schon gewundert aber früher waren da mal zwei große Saves drin auch sehr gut komm 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 ach alter in der letzten Sekunde ne nein nein naja ist aufschlagen komm wir haben Kaffee das sind nur 2,5 das geht schnell das sind ja nur 3 pass auf dann mach ich hier einen kurzen Schnitt mach alle 3 klopfe schnell auf und dann sehen wir uns dann gleich wieder und gucken dann zusammen rein was wir Schönes gefunden haben ja so machen wir das bis gleich so und das letzte sehr gut huch dann haben wir auf den Tisch geklopft so dann schauen wir doch mal einmal Nummer 1 ja ja kann man verkaufen ist okay bringt Geld dann was bringt die 92 die bringt 10 die wird gescrabbt die können wir unten in die Schrotze noch reinschmeißen wenn das geht leere Gläser weg das können wir jetzt Scrappenscheiben Honig dann machen wir das mal so ich will mal gucken kriege ich in die Schrotze noch was rein verändern ah das geht nicht oder abgesägte Schrotflinte erhöht die Projektil ja aber das gehört doch in die abgesägte Schrotflinte verstehe nicht verstehe ich bin hier vielleicht auch ein bisschen zu keine Ahnung verstehe nicht ist egal so next one oh ja ja man und verändern du hä achso zack zack dann verändern du hier rein dann passt das wieder und du kommst wieder hier rein so jetzt haben wir doch schon mal unsere Kette sehr schön ansonsten haben wir alles ne ja dann raus mit uns dann raus mit uns so wenn ich schon wieder auf die Uhr gucke sind wir schon wieder viel zu viel zu drüber das heißt ne das kann ich jetzt nicht mehr wegrenchen so das heißt ich werde jetzt zum Moped laufen werde jetzt werde ich das mal überlegen wir können wir fahren jetzt mal hier zum Händler in der nächsten Folge fahren wir hier zum Händler und dann auf dem Heimweg fahren wir über Raphaels Schatz dann fahren wir vielleicht nochmal über den Händler mal gucken und dann fahren wir nach Hause und fangen an unsere Hordenbase vorzubereiten weil morgen ist Horde sehe ich gerade heute ist Tag 27 deswegen sollten wir schnellstmöglich heim und dann die restlichen Sachen an der Hordebase machen ja ich glaube das macht am meisten Sinn gut dann ups Moped kurz angeklickt zack schnellster Weg und dann gehen wir da lang so ehrlich dann danke euch herzlich herzlich dass ihr wieder mit dabei wart und dann sehen wir uns in der nächsten Folge ich wünsche euch was euer Mobuselp tschau tschau tschau